Wie ihr bestimmt schon aus Funk und Fernsehen entnehmen konntet und auch über die sozialen Kanäle von der Sparkasse ist das ja verteilt worden, dass jetzt Mobile Payment mit der Sparkasse geht. Es geht ja auch schon mit Google Pay mit ausgewählten Anbietern, aber da ich keinen Zugriff auf der Seite konnte ich das nicht testen. Jetzt habe ich meine Familie damit genervt und die Sparkassenkarten mal aktiv geschaltet. Ihr seht hier zwei Handys eingeschaltet auf der linken Seite, das Handy auf dem es funktioniert hat. Da steht jetzt zwar neue Karte hinzufügen, aber links seht ihr schon den Schnipsel hier von der Karte. Ich versuche die mal so ein bisschen reinzuziehen. Man kann es erahnen, da ist eine Karte, die will ich euch aber nicht zeigen, denn da sieht man dann die Kontonummer. Rechts seht ihr ein Handy, wo es nicht funktioniert hat. Beide haben NFC, sollten also funktionieren. Also ich fange mal von vorne an. Was ist die mobile Bezahlmethode der Sparkasse? Ihr kennt das ja schon vielleicht von eurer Kreditkarte. Ihr könnt in Geschäften auf den Terminals kontaktlos bezahlen. Das funktioniert mit Visa Card zum Beispiel. Die hat dann oben dieses, sieht man hier auch hier oben, dieses Wireless-Logo. Ich stelle die Kamera scharf. Hier oben dieses Funk-Logo. Viele Terminals können das und die Handys haben hinten einen NFC-Chip drin. Das ist von der Technik her ähnlich wie das, was auch in den Visa-Cards drin ist. Und im Grunde hält man das Handy bei der Sparkassen-App auf das Bezahlterminal und drückt kurz den Bildschirm an, also hier an der Seite den Power-Button und damit kann man dann bezahlen. Das habe ich heute auch schon probiert. Hat bei Aldi und Rewe problemlos geklappt. In einem kleinen Baumarkt, der keine Kette angehört hat, hat es nicht geklappt. Aber das lag am Terminal von denen. Die hatten das nicht scharf geschalten. Ja, jetzt ist aber ein großes Problem, gerade bei der Sparkasse. Das ist jetzt seit vorgestern aktiv, glaube ich. Seit Montag ist es aktiv. Heute haben wir Mittwoch. Ich hatte gestern schon auf dem Handy, wo es jetzt hier funktioniert, Probleme, das hinzuzufügen und habe dann mehrmals versucht, das hinzuzufügen. Dafür braucht man den Chip-Tank-Generator. Habe dann sogar mal die App komplett zurückgesetzt und nochmal von vorne angefangen. Dann hat es funktioniert. Okay, also das hat dann funktioniert. Das war dann drin. Es waren dann auch ein paar komische Nebeneffekte, wie das ich eigentlich schon aktiviert hatte, die Karte schon so ein bisschen ausgegraut zu sehen war und dann auf einmal wieder komplett weg war, obwohl unten stand, die Karte wird aktiviert. Also habe ich es nochmal gemacht. Aber irgendwann ging es dann. Also war ein bisschen hakelig das Ganze. Da hat es dann funktioniert und heute konnte ich damit auch schon bezahlen. Was war jetzt mit dem Handy hier los? Na, da wollte ich es dann auch gleich einrichten. Das ist ein anderes Konto, andere Karte, aber gleiche Sparkasse gewesen. Und hier hat es nicht... Genau, hier müssen wir jetzt mal Nein sagen. Bei Mobil bezahlen immer ruhig statt Google. Ja, das kann man mit Ja machen. NFC ist jetzt deaktiviert. Ja, naja. Das fällt der App aber früher ein. Genau. Was war jetzt also das Problem? Bei der hatte ich am Anfang genau diese gleichen hakeligen Probleme und habe versucht, das mehrfach hinzuzufügen. Musste auch schon die Hotline bemühen meiner Sparkasse. Und da gibt es jetzt zwei Hotlines. Nämlich die Online-Banking-Hotline meiner lokalen Sparkasse. Das wäre die Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau. Und dann gibt es diesen Dienstleister, der heißt glaube ich S-Payment, der das im Hintergrund abwickelt. Und der hat nochmal eine separate Hotline, die ich dann auch angerufen habe. Die Hotline der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau fürs Online-Banking hat mir gesagt, ich soll es einfach nochmal probieren. Das nochmal probieren hat mir dann aber die S-Payment-Hotline erzählt, führte dann dazu, dass mehrere Karten angelegt wurden. Und bei diesem rechten Handy habe ich mittlerweile fünf Karten angelegt. Ja, wo ist das Problem, denkt ihr euch? Ja, das Problem ist, ich sehe hier nur die aktivierte Karte. Diese Schattenkarten, die es im Hintergrund jetzt irgendwie nicht geschafft hat zu aktivieren, die sind noch da. Sehe ich als Kunde gar nicht. Weiß davon auch gar nichts, dass die nicht gelöscht werden oder dass da überhaupt Karten da sind. Und ich muss jetzt tatsächlich morgen auf die Sparkasse gehen. Und ich bin mal gespannt, ob die auf der Sparkasse wissen, in meinem Dorf hier, wie man diese Schattenkarten wieder löschen kann. Und zwar ist das absolut kundenunfreundlich gemacht. Erstens, dass man nicht weiß, dass da solche Schattenkarten im Hintergrund laufen, dass es überhaupt nicht geht und man scheinbar völlig überrascht ist von dem Ansturm, den man jetzt kriegt. Aber man ist ja einer der Ersten, die das jetzt anbieten und groß Werbung gemacht haben auf Twitter und YouTube und sich jetzt wundern, dass da viele Leute kommen und das ausprobieren wollen. Ja, auf jeden Fall kann ich es jetzt hier auf dem rechten Handy gerade überhaupt nicht aktivieren. Ach doch. Okay. So, was ist jetzt passiert? Na, ich habe vorhin ja schon dreimal versucht, die Karte zu aktivieren. Jetzt hat es doch eine Karte aktiviert. Und wie das? Ich habe doch den Chip dann gar nicht eingegeben. Vorhin war doch die Karte gelöscht. Also ist wieder auch nur eine Karte da. Und genau auf diesem Handy seht ihr jetzt, ich muss sie jetzt hier verpixeln, aber mir hat der, mir haben die an der Hotline gesagt, dass da jetzt schon fünf Karten aktiviert sind. Maximal gehen sieben Karten. Das ist ja lustig, dass er jetzt die aktiviert hat. Obwohl er mir gerade die Meldung gebracht hat, es geht nicht. Ach, so eine App vertraue ich doch gerne meine Kontodaten und meine Bezahldaten an. Hätte ja auch das mit Google Pay machen können, aber da war sich die Sparkasse wohl zu fallen dafür. Ja, ich bin begeistert, dass das vorhin komplett leer war, dass hier gar keine, auch keine Karte in Aktivierung angezeigt wurde. Und jetzt irgendeine von den fünf Versuchen hat jetzt schon mal geklappt und wird hier angezeigt. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt irgendwelche Schattenkarten aktiviert. Also ich muss, es ist Ende vom Video, ich muss mit beiden Geräten und beiden Personen und beiden Karten jetzt morgen mal auf die Sparkasse rennen und prüfen lassen, was da mit diesen fünf Schattenkarten los ist. Also der Start ist definitiv misslungen. Ich habe auch schon gelesen, dass ich wohl nicht der Einzige bin mit diesen Problemen. Ja, Sparkasse zeigt, wie man es nicht macht mit sowas. Ja, was soll ich dazu sagen? Ihr habt es jetzt live gesehen, was das für ein hakeliges Zeug ist. Erst die Meldung und dann ist die Karte doch da. Na super.